Ich weiß nicht, wo es hingerutscht ist, aber es ist irgendwo hingerutscht, wo es nicht sein soll. Nicht so früh, nicht so früh. Es hat alles so angenehm angefangen. So unfassbar angenehm. Was geht, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Ich würde wirklich als Lehrer-Schüler so gerne hopsen, ne. Ich würde so ohne Mist, wenn ich halt irgendwie mitbekomme, du hast einfach einen Scheiß deine Hausaufgaben selber gemacht, ich würde dich so an die Tafel holen. So kalt stehen lassen. Soll ich meinen YouTube-Kanal dicht machen? Wie? Naja, wenn ich jetzt hier keine Aufnahme reinkomme, was soll das dann werden? Achso, nein, Basti, nicht weinen. Wie kriegen wir das noch hin? Oh, die Aufnahme am Wochenende. Da muss was kommen. Wir können dir gewesen Geld leihen. Was die GHG macht, DreamSboot MLG. Yeah. Smooth. Nein, nein. Es ist passiert 65 Stunden. Nie. Ja. Das ist einer. Das ist einer. Das ist einer. Wo ist mein Fernglas? Bro. Wir haben gefühlt jeden Zombie-Villager in dieser Höhle gefunden. Ich würde wirklich als Lehrer-Schüler so gerne hopsen, ne. Ich würde so ohne Mist, wenn ich halt irgendwie mitbekomme, du hast einfach einen Scheiß deine Hausaufgaben selber gemacht. Ich würde dich so an die Tafel holen. So kalt stehen lassen. Das ist hier so verlassen, ein einzelner Nether-Rack-Block. Okay, jetzt, jetzt ist es unheimlich. Ich baue den Block ab und es fängt an zu regnen. Was passiert als nächstes? Oh, krass, das so läuft bei dir, dass du mir nicht mehr schreiben musst. Ich hab's nicht gesehen, Digga. Alles gut, ich schreib dir, wenn ich zwei Millionen Abonnenten hab. Ich mach heute Basketball spielen. Mit einem 13-Jährigen, der mich auf jeden Fall genommen hat. Cool, und dann habt ihr noch Basketball gespielt, oder was? Können wir mal ein Bild zeigen von vor zehn Jahren? Ich meine, das ist ja eh schon voll lange her. Das geht eigentlich. Guck mal nicht so neidisch, guck mal nicht so neidisch. Ich bin G, G, H, G.